Ich habe in Frankfurt gelebt, gearbeitet, meine Frau kennengelernt. Wir beide konnten uns nicht so recht vorstellen, da Kinder großzuziehen und haben irgendwann gemerkt, wir wollen hier raus, wir wollen hier Familie gründen, wir wollen hier unser Zuhause. Ich kaufe Produkte, wo ich die Menschen dahinter kenne. Ich weiß, wie heißt der Metzger, wo wohnt der, mit welchem Bauern arbeitet der zusammen. Einfach diese Vielfalt an Landwirtschaft, an Erzeugern, das kann ich natürlich wunderbar weiterführen und dann ein umso besseres Endergebnis erzielen. Die Idee ist eigentlich, es soll sich anfühlen wie zu Hause, ohne die Arbeit. Feiern, sich bekochen lassen, eine gute Zeit haben, Spaß rund um das Thema Essen und Trinken. Dieses Persönliche, dieses Kleinere, dieses Intimere, das haben wir hier gesucht und gefunden und haben es noch keinen Moment bereut. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.